Malerischer statt märschenhafter Saisonauftakt. Traditionell feiert der mittelsächsische Kultursommer den Saisonstart an der Talsperre Griebstein zu Ostern mit einem Märschenfest. Die Veranstaltung wurde pandemiebedingt abgesagt. Dafür gibt es in diesem Jahr einen Malwettbewerb für Lieblingsmärchenfiguren. Weitere Infos gibt es unter www.miskus.de slash ostern-talsperre-griebstein. Einsendungen bitte bis zum 7. April 2020 an den mittelsächsischen Kultursommer.